Woran kann man Begeisterungsfähigkeit im Gesicht erkennen? Zum Beispiel am Augenausdruck, am Augenumfeld und an der Form der Augenbrauen, aber auch am Mund. Und was es da so zu erkennen und zu interpretieren gibt, das erkläre ich dir hier in diesem Video. Und was für verschiedene Facetten dieses Thema Begeisterungsfähigkeit noch hat, darum geht es auch in dem Video. Am Ende verrate ich dir, was mich in letzter Zeit total begeistert hat. Also bleib dran und lass dich auch begeistern. Damit du gleich gut nachvollziehen kannst, was ich dir im Gesicht alles erläutere und erkläre, werde ich dazu auch immer Bilder einblenden. Fotos aus meinem Lehrbuch Einstieg in die Psychophysiognomik und auch Illustrationen aus meinem Kartenset Liebevolles Selbstmanagement mit der Psychophysiognomik. Ich hoffe, dass du alles gut nachvollziehen kannst und wenn du Fragen darüber hinaus hast, dann schreibe mir einfach unter dieses Video. Ich versuche immer alles zu beantworten. Ja, jetzt steigen wir ein ins Thema. Bevor wir uns jetzt die Merkmale im Gesicht betrachten, möchte ich das Wort Begeisterung nochmal mit dir anschauen. Das ist nämlich oft sehr interessant, wenn wir das Wort mal in seine Einzelteile zerlegen, um auch die Bedeutung noch besser zu verstehen. In dem Wort Begeisterung ist ja das Wort Geist enthalten. Wenn wir begeistert sind, dann sehen wir den Geist in allem, den göttlichen Funken. Dann sind wir beseelt, begeistert und beseelt. Das ist ja so eine ähnliche Bedeutung. Also es sprüht aus uns etwas Geistiges und wir sind auch mit dem Geistigen, mit der Schönheit dessen, was wir sehen, in Verbindung. Und das ist ganz interessant. In der Psychophysiognomik, im Face Reading sind die Augen der Spiegel der Seele. Die Augen zeigen, wie wir emotional, geistig und eben auch mit unserem Denken und mit unserer ganzen Seinsqualität unterwegs sind. Spiegel der Seele, des Beseeltseins. Wir können, wenn wir den Augenausdruck lesen, einen Menschen situativ erfassen und erfassen, wie er gerade tickt und natürlich auch, wie er seine Anlagen nutzt. Weil wir können alles positiv, aber eben auch negativ einsetzen. Und die Augen lügen nie. Die sind so nah an unserem Gehirn, dass sie eben ganz unmittelbar das widerspiegeln, was wir denken und fühlen. Und sind wir begeistert? Wollen wir den Geist des Schönen reinlassen? Und sind wir innerlich auch so beseelt, dass wir unseren göttlichen Funken nach außen strahlen? Dann sehen wir das an unserem Augenausdruck. Offene Augen, neugierige Augen, strahlende Augen. Das ist alles ein Zeichen für Begeisterung, für dieses Thema, wir wollen mit dem Geistigen auch in Verbindung sein. Es ist ja was Immaterielles und Strahlung, strahlend sein ist auch immateriell. Wir können die Ausstrahlung eines Menschen ja auch wahrnehmen und das können wir sehr gut über die Augen. Also haben wir offene Augen, wie hier auf dieser Abbildung oder eben auch, ja, offene Augen sind meistens größere Augen, die eben auch was reinlassen wollen, tief reinlassen wollen in die Seele und dann eben aber auch strahlen aus dem Inneren heraus. Und wenn wir diese Begeisterung haben, dass wir das Schöne sehen, die Liebe in allem erkennen, dann strahlt auch unser Augenumfeld, also eine Form von Hellsichtigkeit. Nicht im Klassischen, wie wir es vielleicht mal so verstanden haben, dass wir Bilder sehen oder dass wir Aura sehen, dass wir eben auch Immaterielles unbedingt sehen. Das ist auch eine Form, aber wenn das ganze Augenumfeld hell ist, bedeutet das auch, dass wir eben mit diesen liebevollen Augen blicken und dass uns alles hell und strahlend erscheint, dass wir das Licht in allem sehen. Und das habe ich besonders entdeckt, auch in einer Analyse, mittlerweile in vielen Analysen auch, aber bei einer Analyse, die du hier auch auf meinem Kanal anschauen kannst, die empfehle ich dir jetzt mal, und zwar von Robin Kaiser. Ich blende das Video mal hier ein. Schau dir das mal an. Also, das Augenumfeld zeigt etwas von unserer Begeisterung und es ist eben auch am Augen Ausdruck zu lesen. Das ist jetzt etwas, was wir natürlich nicht so bebildern und erfassen können, aber was oftmals der Fall ist, dass Menschen, die mit dem Geistigen stark verbunden sind, auch eine Blickrichtung nach oben haben. Dafür habe ich hier ein Bild. Also, wenn wir die Blickrichtung eher auf ein Ziel oder eben unten aufs Irdische haben, dann sind wir eben auch eher mit den Energien hier auf der Erde verbunden und das Geistige ist nicht so stark in Verbindung mit uns. Also, das sind so Aspekte, die auch zum Thema Begeisterung gehören. Zum Thema Begeisterung gehört aber natürlich auch das Feurige, das Leidenschaftliche. Und da können wir sehr viel an den Augenbrauen ablesen. Also, je voller und buschiger die Augenbrauen, desto begeisterungsfähiger und leidenschaftlicher und feuriger ist ein Mensch. Das heißt, das Thema, andere zu motivieren, andere anzustecken mit dem eigenen Feuer, der Feurigkeit, der Begeisterung, das ist ein Thema für diese Menschen. Und es ist ganz interessant, das ist natürlich etwas, was wir alle lieben. Also Menschen, die begeisterungsfähig sind, die sprühen, die uns anstecken können mit ihrer Energie. Das lieben wir. Aber wie ist es für die Menschen, die ständig dieses Feuer spüren? Das ist manchmal auch schwierig. Erstens ist es eine sehr starke Energie, die uns auch herausfordert. Es ist aber auch so, dass dieses Feuer, das wir entfachen können, diese Begeisterung, die wir entfachen können, auch ein hoher Anspruch ist. Denn Menschen, die so leidenschaftliche Augenbrauen haben, die gewöhnen sich ganz gerne an dieses Feuer. Wenn das Feuer ein bisschen nachlässt und vielleicht etwas Routine eintritt, wenn man ein Projekt zum Beispiel angefangen hat, was man mit Begeisterung und Anfangseuphorie begonnen hat, und dann ist die Euphorie ein bisschen raus, ist es manchmal schwer für diese Menschen, die dieses Feuer kennen und sich auch damit identifizieren, dran zu bleiben. Das kann Baustellen verursachen. Und da ist es natürlich super, wenn man seine Fähigkeit, seine Talentbegeisterungsfähigkeit kennt und diese Leidenschaftlichkeit, die auch damit verbunden ist, und selber entscheidet, wie setze ich sie ein? Und was mache ich, wenn die Leidenschaftlichkeit vielleicht mal ein bisschen rausgeht aus einer Aufgabe, aus einem Projekt? Gebe ich dann dem Drang nach, wieder was anzufangen, wo meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Begeisterungsfähigkeit geweckt wird? Oder sage ich, nee, ich kenne das jetzt schon, was da kommt. Ich möchte dranbleiben, auch wenn es jetzt nicht so burnt und turnt. Also auch da kann uns das physiognomische Wissen sehr, sehr helfen im Selbstmanagement, in der Selbststeuerung, dass wir nicht in die Falle oder auch in den Zirkulus Viciosus unserer Eigenschaften geraten, sondern dass wir immer die Regisseure unseres Lebens bleiben. Aber Bewusstsein ist natürlich immer das A und O. Und so auch bei dieser wunderbaren Eigenschaft, Leidenschaftlichkeit und Feurigkeit. Es gibt also in der Psychophysiognomik so zwei energetische Komponenten der Begeisterungsfähigkeit. Einmal die feurige, die leidenschaftliche, magnetische, elektrische Begeisterungsfähigkeit und die liebevolle, die sanfte, die beseelte, ja, die zartere Begeisterungsfähigkeit. Und es ist ganz interessant, also wenn wir Face Reading und Psychophysiognomik lernen, dann lernen wir immer diese formbildenden Energien mit, also diese energetischen Qualitäten, die auch Formen zugrunde liegen. Also das ist ganz, ganz spannend, das auch mitzulernen. Und so können wir wirklich auch in der Welt, in der Schöpfung lesen und eben auch die Formensprache, die universelle Formensprache entschlüsseln. Jetzt kommen wir auch noch zum Mund. Und da muss man kein Physiognomik- oder Face Reading-Experte oder Expertin sein, um zu wissen, dass wenn wir begeistert sind und vor allem freudig begeistert sind, dass unser Mund dann natürlich mitgeht. Unsere Mundwinkel zeigen nach oben. Wir lächeln, wir lachen. Unsere innere Begeisterung transportiert sich natürlich auch über diese Freude, die wir natürlich am Mund auch erkennen können. Und je öfter wir begeistert sind und freudig sind, desto mehr stehen unsere Mundwinkel nach oben, auch dauerhaft. Denn unsere Grundstimmung ist dann eher optimistisch. Ist das Gegenteil der Fall, das kennen wir auch. Dann ist Leid und eben auch eher Pessimismus unsere Grundstimmung. Die gute Nachricht, wir können immer alles ändern. So ein Mund geht mit unserer Energie mit. Wir können uns auch jeden Tag entscheiden, mehr Optimismus in unser Leben zu lassen und alle Leiterfahrungen eben auch anders zu interpretieren, um dann eben auch die Mundwinkel nach oben zu justieren. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann verlinke ich dir hier auch mal ein Video, wo ich da sehr, sehr genau drauf eingehe. Und wenn du mir schon länger folgst, und wenn nicht, dann abonniere unbedingt den Kanal und bleib dran, wenn dich dieses Wissen interessiert. Das würde mich total freuen. Also wenn du schon so ein paar Videos angeschaut hast, dann hast du sicher schon mal von den Herz- und Kontaktbäckchen gehört. In diesem Bereich hier und hier auch auf diesem Bild kannst du es sehen, wenn sich diese Bäckchen so füllig zu Herz- und Kontaktbäckchen formen, wenn wir lachen und wenn wir fröhlich sind, wenn wir begeistert sind, dann schwingt da auch Herzenergie mit. Weil in diesem Bereich sitzt auch unsere Herzinteraktionszone und die zeigt uns, dass wir mit Herz dabei sind. Und wenn unser Herz mit der Begeisterungsfähigkeit Hand in Hand geht, dann strahlen wir auch Herzlichkeit aus und sind vertrauenswürdig für Menschen. Also Begeisterung hat, wie gesagt, sehr viele Facetten und die können wir im Gesicht erkennen. Und eine Strahlung, also eine lichtvolle Ausstrahlung, eine Fröhlichkeit, eine Lebensfreude hat immer etwas mit dieser Beseeltheit und dieser Begeisterung zu tun. Jetzt habe ich angekündigt, dass ich auch etwas über das erzählen möchte, was mich in letzter Zeit begeistert hat. Und das ist ein ganz, ganz konkretes Erlebnis. Und da ist mir das Thema Begeisterung auch nochmal mit dieser Dimension klar geworden. Ich war in einer Kunstausstellung und zwar von der schwedischen Künstlerin Hilma Afklind. Und diese Ausstellung hat mich im wahrsten Sinne begeistert und auch tief berührt und angesprochen. Ich möchte jetzt nicht großartig ausholen, aber in Kürze möchte ich meine Begeisterung mit dir teilen. Diese Künstlerin hat mit vielen anderen männlichen Künstlern, die sehr bekannt geworden sind, wie zum Beispiel Kandinsky, ja die ersten Versuche in abstrakter Kunst gemacht. Sie ist 1944 gestorben und hat ein Werk hinterlassen, was zu ihren Lebzeiten leider nicht so großen Anklang gefunden hat, wie von anderen Kollegen, die Ähnliches entwickelt hatten. Aber sie war wirklich eine Pionierin in diesem Bereich. Und sie hat verfügt, weil sie gemerkt hat, dass ihr Werk noch nicht dem Zeitgeist entsprach oder zu früh war, dass nach ihrem Tod 20 Jahre alles unter Verschluss bleiben sollte und erst dann der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Und was hat ihre Arbeit besonders gemacht? Sie war ganz verbunden mit der sogenannten geistigen Welt. Sie hat sehr spirituell gearbeitet, hat auch publik gemacht, dass sie beim Malen geführt wurde. Und sie hat Bilder geschaffen. Das ist verrückt. Es ist wirklich, wenn man diese Bilder sieht, dann ist das geistige Energie, die sie da transportiert. Und das auch so transparent zu machen, wie sie bei diesem schöpferischen Prozess auch eben geistig geführt wird und wurde, das ist schon mega spannend. Und da war sie ihrer Zeit voraus. Also jetzt können wir diese Dimension, auch dieses schöpferischen Prozesses, ganz anders verstehen und wahrnehmen. Und die Akzeptanz ist riesengroß. Also diese Künstlerin hat so ein Coming-out und es ist absolut berechtigt, weil sie hat ein Universum erschaffen, was uns wirklich begeistert. Und jeden Besucher. Und ich bin Schlange gestanden und ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten, die diese Ausstellung gerade ansahen. Und es gab wirklich ganz, ganz begeisternde Begegnungen auch während dieser Ausstellungsbetrachtung. Ich werde dir hier zwei, drei Bilder einfach einblenden, die ich fotografiert habe aus der Ausstellung. Und mach du dich selber bitte auf den Weg und schau mal im Netz. Aus rechtlichen Gründen darf ich da jetzt nicht so viel zeigen, aber du wirst es finden, was für dich richtig ist und was dich möglicherweise begeistert. Ich wünsche es mir, denn es ist ganz, ganz besonders, was diese Frau erschaffen hat. Und ja, ich freue mich, wenn es dich berührt, begeistert und ein Feuer in dir erweckt oder du dich von anderen Dingen, der Natur, der Schönheit um dich herum begeistern lässt, wenn du diesen Geist, die Schönheit in allem sehen kannst, weil das bringt dich, ja, in deine Strahlung und in deine Schönheit. Und diese Begeisterung steckt an und da können wir auch einen Beitrag leisten für, ja, das Upleveln unserer Gesellschaft, unsere, ja, im Kleinen, aber natürlich auch im Großen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dieses Staffelholz nimmst und auch daran arbeitest, daran denkst, dass du ein ganz, ganz wichtiger Teil des großen Ganzens bist, des großen Geistes oder wie man es auch immer nennen möchte und du auch da ganz viel positive Begeisterung ins Feld bringen kannst. Ich freue mich sehr, dass du bis hier dabei geblieben bist und hoffe, dass du jetzt strahlst und morgen strahlst und dich immer anstrahlst, wenn du in den Spiegel guckst und dir ganz, ganz viele schöne Momente geschenkt werden. Alles Liebe und nie vergessen, vertrau dich.